Musik Heu, wir sind das Lanzinger-Drio aus Bayerisch-Waben. Aus Günzburg, wenn man es ganz genau nimmt. Musik Die weltweit einzige Stubmusik-Jazz-Pop-Boyband mit 169 Seiten. Musik Hackbrett, Zitter, Gitarre, das ist die traditionelle Besetzung der Schönauer Musikanten. Die Volksmusik ist aber nur der Ausgangspunkt. In unseren Stücken sind ein Haufen verschiedener Stilrichtungen zu erkennen. Rock, Jazz, südamerikanische Folklore, Weltraum-Volksmusik kann man sagen. Musik Hinter jedem unserer Stücke verbirgt sich eine kleine Geschichte. Deswegen spielen wir auch so gerne live, weil da die Musik nicht für sich alleine steht. Die Musik im Hintergrund ist zum Beispiel der Show Barbaria. Mit dem Stück flüchten wir vor dem dicken Günzburger Herbstnebel nach Brasilien. Musik Natürlich ist es schade, dass wir 2020 nicht in St. Johann und Hallein spielen können. Aber dafür haben wir für nächstes Jahr was ganz Besonderes geplant. Wir sind gerade dabei, unser neues Album aufzunehmen. Der Titel des Albums lautet Hallein. Und wir freuen uns, wenn ihr die neuen Stücke nicht nur live hören, sondern auch gut nach Hause leben könnt. Ein neues Notenheft werden wir bis dahin hoffentlich auch fertig haben. Also wir versuchen den Lockdown-Fest möglich zu nutzen. Musik Wir hoffen, wir sehen euch dann 2021. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss. Musik 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 Untertitelung. BR 2018